Videokonferenzen gehören heute zu unser aller Alltag. Nur in unseren Gerichtssälen sind sie noch immer Rarität. Wir finden, dass sich zweierlei ändern muss. Zum einen sollten wir unser Prozessrecht dringend modernisieren. Sofern eine Partei dies beantragt, sollte sie auch per Videokonferenz im Zivilprozess an der Verhandlung teilnehmen können. Zum anderen brauchen wir dringend einen Digitalpakt für die Justiz zwischen Bund und Ländern, damit unsere Gerichte endlich auch mit moderner Technik ausgestattet werden können.